Das Wetter wird immer besser und es ist nicht mehr so weit bis zu den Ferien. Man möchte immer mehr Aktivitäten draußen unternehmen. In diesem Video zeigen wir unsere beliebtesten Ausflugsziele in Nordrhein-Westfalen. Los geht's! Gettlerhof ist ein Riesenspielplatz mit jeder Art von Rutschen, Wasserspielplätzen, Karussellen, Klettermöglichkeiten und vielen anderen mehr. Für diesen Ausflug sollte man einen kompletten Tag einplanen. Mit Kindern bis 12 Jahren kann man auch einen unvergesslichen Ausflug nach Irland unternehmen. Auf diesem riesigen Gelände findet man über 13 Wasserspielplätze, jede Art von Klettermöglichkeiten und jede Menge von Rutschen und Tierattraktionen. Das Wunderland Kalkar ist ein Freizeitpark mit Fahrgeschäften für große und kleine Gäste. Pommes, Eis und Softgetränke gibt es hier kostenlos. Der Naturwildpark Granat liegt mitten in einer Waldlandschaft. Das Besondere an diesem Park ist, dass die Tiere sich hier frei bewegen können. Hier kann man auch einen Spaziergang genießen, die Tiere beobachten, füttern und streicheln. Es gibt auch einen Spielplatz und viele Plätze zum Entspannen und Picknicken. Von allen Tierparken, die wir in NRW besichtigt haben, gehört der Tierpark in Ham zu unseren beliebtesten. Unabhängig von den unzähligen Tierarten, die man sich hier bei einem Spaziergang auf dem gemütlichen Rundweg anschauen kann, gibt es hier einen großen Spielplatz mit Wasser, Rutschen und Klettermöglichkeiten. Die Zoom-Erlebniswelt in Kilsenkirchen bietet ihren Gästen, um die Welt zu reisen. Die Tiere präsentieren hier Alaska, Afrika und Asien und bieten eine Reise in ihre natürlichen Lebensräume. Die Landschaftsarchitektur des Parks ist beeindruckend. Flüsse, Seen, Savanen, Dschungel und Felsgebiete – all das kann besichtigt werden, ohne das Ruhrgebiet zu verlassen. Und wenn wir schon bei den Zieren sind, unser absoluter Lieblingszoo befindet sich in Niederlande. Dieser Erlebniszoo ist ebenso auf drei Welten aufgeteilt, wobei die Welt des tropischen Dschungels die beeindruckendste ist. Über unseren Zoo-Besuch habe ich ein gesondertes Video vorbereitet. Der Link dazu befindet sich rechts oben. Und wir bewegen uns weiter und kommen nach Xanten. Der Archäologische Park ist das größte Museum Deutschlands, der oberhalb einer ehemaligen römischen Siedlung liegt. Hier finden immer noch Ausgrabungen statt und im Parkmuseum kann man sich die Ergebnisse der archäologischen Arbeiten anschauen. Des Weiteren ist die Stadt Xanten auch jeden Besuch wert. In der Nähe befinden sich der Badestrand Xantener Südsee. Der Giesenbergpark in Herne bietet viel Platz für Spielen, Fahrradfahren, Picknicken und vieles mehr. Hier findet man Spielplätze, Tiergehege, Pumptrack und Bimmelbahn. Auch befinden sich hier die Laguzerme und die Freibad-Saison wird schon bald geöffnet. Am Chemnader See in Bochum kann man nicht nur Sonnenbaden und entspannen, sondern auch Inliner laufen, Fahrrad fahren, Tretboot ausleihen oder auch mit dem Schiff fahren. Wo unser nächster Ausdruck hingeht, ist auch des Öfteren von den Erlebnisangeboten der Roadtop-Guard abhängig. So können wir viele Parks, Schifffahrten, Museen und Zoos kostenlos oder zu einem halben Preis besichtigen. Oft planen wir eine Fahrradtour und kombinieren diese mit den Besichtigungen von bestimmten Sehenswürdigkeiten. Mehr dazu findet ihr auf meinem Kanal. Habt ihr diese noch nicht abonniert, ist jetzt genau die Zeit, um dies schnellstmöglich nachzuholen, um keine weiteren interessanten Neuigkeiten aus der Region und den beliebten Urlaubsorten zu verpassen. Und mein Video kommt hiermit zum Ende. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.